Wechseln vom Solo-Podcast-Format zum Interview. Ist das erlaubt? Sagen wir mal, du startest deinen Podcast als einen Interview-Podcast und kommst nach einiger Zeit dann irgendwie an die Frage, ob du dann auch mal dieses Format des Interviews aufbrechen darfst und zum Beispiel auch mal eine Solo-Folge veröffentlichst, in der du einfach nur selber sprichst. Aus meiner Erfahrung stellen sich diese Frage wirklich viele PodcasterInnen und es ist ja auch so, dass sich ein Podcast immer mit dir selber auch weiterentwickelt, mit der Zeit, mit der Welt, mit deinem Business und vor allem aber auch mit deiner Zielgruppe, also deinen HörerInnen. Wenn du also so einen Formatwechsel vorhast innerhalb deines Podcasts, dann recherchiere wirklich, ob deine Hörerschaften solchen Wechsel begrüßt oder eben nicht und auch, wie sich das mit deinem Content verhält. Über was wirst du denn dann sprechen, wenn du vor allem auf einmal alleine sprichst und gar keinen Gast mehr da hast? Die zwei Dinge solltest du auf jeden Fall klären und du solltest auch immer gucken, ob dieses neue Format auf dein übergeordnetes Ziel mit deinem Podcast einzahlt, ja. Ob du also dein Business-Ziel weiterhin erreichen kannst mit diesem neuen Podcast-Format. Hol dir die drei besten Gratistools, um jetzt deinen Podcast zu starten. Den Link dazu findest du in den Show Notes.